ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf youtube willkommen dass ihr dabei seid hier auf münsterland tv bei king of retail ja es wird zeit dass wir bald den ersten konzern oder den eigenen konzern gründen jetzt müssen wir mal hier gucken was waren die beide ina die war kassiererin dass wir dabei durch sind und pause jetzt drückte auch direkt schon drauf und zeigt mir was ich vergessen so startet jetzt in farbe und reset hier und so geht das wieder in zwei minuten aber sei gegrüßt mir nämlich schön dass du dabei bist ja wir werden jetzt erstmal den hier einteilen er ist auf verkauf alle pause hier zwei verkäufe drei verkäufe sogar eigentlich erholt inzwischen ich glaube die packen auch mit ein wieder auffüllen haben wir müssen noch einen guten ruf kriegen haben wir noch ein bisschen wo wir bestimmt vergessen haben wir das wahre bestellen oder ist das gar nicht so so hier hast du auch verkauft so mindestens haben wir noch ein bisschen was ansticke die rabatte sind da sind sie sagen wir ja die ja das Geld ist, Kollegen sind da, eine Werbung, was sollen wir denn das hier noch mitmachen? Berühmtheiten, oder? Mal gucken, was darf man noch schreiben, oder? Nächster Tag beginnt. So, gucken wir wie es geht hier. So, das ist der wichtigste Betrag eigentlich hier in der Übersicht, das ist der Betrag, der wirklich uns gehört und dann zur Verfügung steht für den Konzern. Wir hatten, glaube ich, die Artikel schon komplett gekauft, aber es brauchen, genau, für Promis. Derzeit ziemlich beliebt. Ruf von ziemlich beliebtem Segment. Mal einen Abbericht. Lauf conviert. 8,0,0. 1,0,0,0. 1,0,0,0,0. 1,0,0,0,0. 2,0,0,0,0. 2,0,0,0. 3,0,0. Man soll ja nicht denken, man soll ja nachdenken. Der Lager ist wahrscheinlich auch gleich voll. Wie gesagt, wir müssen hier einfach noch das erfüllen. Hat auch jemand geschrieben, ich hätte nicht genug Ware und nicht genug Personal. Beides in Kombination macht natürlich keinen Sinn. Dann wieder die Ware ausverkauft, ich hatte ja kein Geld, aber wir hatten ja nichts. Wir haben ja die Verkäufer hier. Oh ja, hier die neuen Laptops draufsetzen, oder? Hey, can you help me? Hey, got a second. Hey, have a minute? Hey, have a minute? Okay. Thank you. Jetzt die machen. Wir gucken, dass wir das aufgefüllt kriegen. So wir noch auspacken können. Hey, a little help. They're not. Hey, a little help. They're two seconds. Thanks. Hey, a little help. Hey, spare two seconds. Thank you, no bag for you. Thanks. Hey, spare two seconds. Okay. Alle meinen Weg, das hilft immer. Was ist denn? Mit einem sehr seltsamen Gefühlen. Hey, excuse me. Thanks. Hey. Hey, a little help. Hey, a little help. Hey, a little help. Thank you. Thank you. Excuse me. Oh, okay. Thank you. Oh, nee, super. Thanks. Ich bin aus einer anderen Welt, okay. So ein Tanzbattle wie bei Seven Days to Die Wecker. Ja, aber alle tanzen. So flash mob mäßig. Hey, a little help. Hi. Ich muss weiter auspacken. Okay. Hey. Thanks. Hey, a little help. Ja, es scheint dann die Eins zu werden. Hey, can you help me? Hey, das ist gar nicht sein. Irgendwas noch sein wird. Ich bin sehr gespannt. Thank you. Noch fünf Sekunden. Hey, have a minute? Hi. Spare 2 Sekunden. Ina ist direkt auf dem Weg. Hey. Hey, got a second. Gut, dass wir das Labo wieder freuen. Hi. Spare 2 Sekunden. Hey. Hey, can you help me? Hey, got a second. Thank you. Thanks. Hi. Spare 2 Sekunden. Spare 2 Sekunden. Spare 2 Sekunden. Ich habe überall nichts mehr da. Hey, a little help. Thank you. Ich mache Pause. Ich mache Pause. Thank you. Hi. Spare 2 Sekunden. Hey, can you help me? Hey, can you help me? Hey, can you help me? Excuse me. Thank you. Thank you. Hey. Verkaufen wir dir. Die Frage, ob wir dann schon mit dem Geld starten können. Wenn wir jetzt die Mission geschafft haben. Oh, komm. Wir lassen mal hier ein. Aufgabe zuweisen. Hey, have a minute? Hey, can you help me? Hey. Hey. Thank you. Hey. Can you help me? Hey. 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 Die Frage, was er endet? Ich bin in die Kamera. Wahrscheinlich nicht bei den Promis. Ich habe keine Zeit. Wem treibt man alle hier? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Hey, dann darf ich dir eine Hilfe. Unser Geld ist. Hey, kann ich mir helfen? Hey, du kannst mich zwei Sekunden. Was geht nicht? Hey, du kannst mich eine Minute. hey 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 got a second hey can you help me hey have a minute hey a little help hey got us thank you hey got a second excuse me hey 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 a little help thank you hi spare two seconds good idea then just take it or no it's not a good idea thanks 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 hi spare two seconds nix mehr hier sieht es auch mal aus also turn haben wir noch wo ist er auch noch hey 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 got a second hey can you hey have a minute hey thanks thank you nix mehr so und hier noch haben Mäuse aber auch ein paar Handys vielleicht können wir mal hier gucken was noch hier ist super wichtig dass wir das rausstellen das so Kassenschlager hier haben wir hier excuse me hier haben wir hey a little help hey a little help thanks handys hier noch im sale hey have a minute hier wird noch übertragen was wir da noch drin haben vielleicht nicht hier liegt noch der ist auch noch drauf hier liegt noch der ist auch noch drauf hier ist ein anderer ähm hey can you help me komm so rein Melanie das war nicht gut scheinbar aber das nützt ja nix ich kann ja nicht überall das Zucker aber hinaus nicht nicht mal gucken wenn nicht dann packen wir die nicht hinten rein einfach Mäuse die nach zusätzlich gekommen sind hier die Mäuse früher Männer drei zwei Drei wüsstlich ne eins ooooah Da war der Tag herum aber wir haben es immer noch nicht geschafft ne ja das war die Folge für heute auf YouTube wir sehen uns morgen wieder bis dahin ... Tschüüüüüüüü이었